Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Operation Portal Recon. Ein kleines Special. Ich sitze gerade in Karlau und ich bin mal gespannt, was ich für Portale bekomme. Ich schätze mal alles, was so im Berliner Raum steht. Ey, cool. Das Ding kommt mir bekannt vor. Aber nicht genau dieses Ding, sondern das Objekt an sich habe ich hier oben schon mehrmals gesehen. Nur nicht in dieser Größenordnung. Also das ist für mich definitiv eine tolle Sache. Volkskunst im Erzgebirge. Was im Erzgebirge? Äh, okay. Ich kann mal schauen. Was bedeutet das genau? Oh, das passt. Ja. Chemnitz. Und ich sitze irgendwo bei Cottbus. So, das hat man ganz kurz da oben gesehen. Genau. Nö, das passt eigentlich. Und interessanterweise hier Sportzentrum Gornau wurde hier auch eingereicht und wurde angenommen. Ist jetzt natürlich die Frage, wie alt ist das Portal? Um zu wissen, ob die Community hier auch Sportplätze annimmt. Sieht nämlich eigentlich nur danach aus, als wäre es ein Fußballfeld. Wie ist der Titel? Lichterbogen. Ja, ist okay. Kulturell, ich würde sagen, ja, weil es Kunst ist. Optisch einzigartig. Ja, sowas von. Hier gibt es ja fast gar nichts. Steht es dort, wo es eingezeichnet ist? Nein, eigentlich nicht. Es ist, also, es sind wenige Meter, das stimmt schon. Ich würde sagen, fast 20 Meter. Aber warum soll man das nicht einfach dahin schieben, wo es hingehört? Das ist doch eigentlich viel besser. Gut. Dann kann man sich hier erreichen, auf jeden Fall. Und ja, Skulptur hätte ich gesagt. Oder Lichtinstallation, keine Ahnung. Wenn es das überhaupt gibt, das Kennzeichen. Ein Wandbild. Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So. Die Portaldichte scheint hier auch nicht hoch zu sein. Okay, wo ist denn, wo ist denn das jetzt eigentlich? Darf ich jetzt auch nochmal schauen? Das ist jetzt aber, glaube ich, wieder ganz woanders. Bei Nürnberg. Mittendrin. Okay, ja, kann ja auch sein. So. Wandbilder gibt es hier so gut wie gar nicht. Der Titel. Weidmannsheil. Keine Ahnung. Ob das gut oder schlecht ist, dieser Name. Kulturell, ja. Fünf Sterne. Optisch einzigartig, ja. So. Ob es dort ist, weiß ich nicht. Kann man es sicher erreichen? Weiß ich auch nicht. So. So hätte ich jetzt mal bewertet. Ist halt immer die Frage, wie bewerte ich etwas, wo ich nicht weiß, ob man es sicher erreichen kann. Ich denke eher so. Es ist besser, es ist besser, es so zu bewerten, dass es nicht gleich abgelehnt wird. Man weiß ja auch nicht, ob Ablehnungspunkte vielleicht sogar stärker sind als Annahmepunkte, wenn ihr versteht, was ich meine. Es wäre ja zum Beispiel, sagen wir mal, einer sagt, ja, das ist ein Portal unbedingt und zwei sagen, nö, ist es nicht und dann wird es schon abgelehnt. Weil einfach, weil einfach, also nur als kleines Beispiel, aber es ist nur Mutmaßung, darüber gibt es keinerlei Statistiken oder sonst irgendwas. Man weiß ja nicht, wie viele Leute das bewerten dürfen. Ja, das geht in Richtung Spielplatz. Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Allgemeinmedizin, okay, es ist auf jeden Fall kein Krankenhaus, das ist doch schon mal auch gut. Spielplätze gibt es hier auch nicht so viele. Titel würde ich sagen, ist vollkommen in Ordnung. Kulturell, ein Spielplatz ist kulturell und optisch einzigartig ist er hier auch. Ich kann auf den Satellitenbildern das Gerät sogar erkennen, also den Spielplatz, also von daher passt das sehr, sehr gut. Ich denke auch, dass man das sicher erreichen kann, sonst wäre es ein bisschen merkwürdig. Ich gebe dann noch Spielplatz ein. Irgendwo da. Genau, und absenden. Das nächste. Ich habe ganz vergessen, meine Statistik zu zeigen, aber es sind jetzt drei Stück dazu gekommen. Ein Stolperstein. Stolpersteine sind meiner Meinung nach Portale, weil sie schon immer so gewesen sind. Der Titel wird schon passen. Wie viele Stolpersteine haben wir denn? Mhm. Dann da noch einer. Ja, so häufig sind sie jetzt nicht. Ich würde sagen, da kann man immer noch fünf Sterne für geben. Also alle drei, fünf Sterne. Und hier gibt es sogar ein Street View. Das Problem ist nur, das wurde von Google Maps aufgenommen und deswegen kann man hier auf dem Boden sowieso keine Stolpersteine sehen. Schade. Man könnte jetzt danach googeln, ob der Standort stimmt. Ich gebe aber einfach drei Sterne an, weil ich es einfach nicht weiß. Und sicher reichen. Hm. War schon ein bisschen außergewöhnlich hier, ne? Da ist echt wenig Platz. Ich würde einfach mal drei Sterne geben. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen unsicher an dieser Stelle. Und ich betitle das als Denkmal. Objektdenkmal. So. Nächstes. Hm. Historischer Pflug. Warum kommt mir der so bekannt vor? Als hätte ich den schon mal gehabt. Interessant. Nebendran steht aber ein Kreuz. Also, ja, sowas ist ein Portal. Steht auch im Leitfaden. Ah, da will ich jetzt nochmal gucken, wo in Deutschland liegt denn das? Bei Kiel. Bei Neumünster. Okay. Krass. So, Titel. Und Titel 5 Sterne. Kulturell 5 Sterne. Ja. Und natürlich optisch einzigartig. Hier gibt es ja fast gar nichts. So, ich würde meinen, ich kann dort etwas erkennen. Kann zwar nicht hundertprozentig erkennen, ob es das ist, aber ich finde, es passt schon mehr als genug. Und ich denke auch, dass man das sicher erreichen kann. Zur Erklärung. Man kann die Form, die man hier sieht, diesen Kieselsteinbeet, kann man auf den Satellitenbildern erkennen. Man kann erkennen, dass drumherum auch noch andere Sachen stehen. Und im Hintergrund müsste ziemlich viel Straße sein. Ja, also Straße. Das ist jetzt relativ. Das könnte dieser Platz hier sein. Dieser ganze Platz ist das, was man auch auf dem Foto sehen kann. Also ich finde, ja, das passt alles ganz wunderbar zusammen. Also man kann das schon erkennen, wenn man das möchte. Was ist es? Ja. Ein Landschaftsgerät. Landschaft. Äh, Landschaft. Nein, nicht Landschaft. Landwirtschaft. Landwirtschaftlich. So, was gibt's denn hier? Hm, nix dergleichen. Dazu passt gar nichts. Gut, dann gebe ich einfach nix an. Passt schon. So, ich hatte mal nachgeschaut. Noch fünf Stück. Ähm. Schlumpftreffpunkt. Ja, das ist, äh, naja. Also das würde ich jetzt eher ablehnen. Das ist, äh, null aussagekräftig. Niemand weiß, was er damit anfangen soll. Es wird wohl ein blauer eingereicht haben, aus Ingwis, aber naja. So, ich würde einfach sagen... Erfüllt die Kriterien nicht, aber da muss ich immer einen Grund angeben. Ist keine ordnungsgemäße Wegmarkierung oder sowas. Keine besondere Wegmarkierung. Hm. Irgendwas ist an dem Wort falsch. Sonst würde meine Tastatur nicht sagen, dass er es nicht kennt. Egal. So, keine besondere Wegmarkierung, absenden und Gutes. Schauen wir uns das nächste an. Das ist eine Bearbeitung. Kommt mir ziemlich bekannt vor. Altes Stadttor, ja. Ich würde auch sagen, dass es ein altes Stadttor ist. Alte, die, was? Die lange, die lange Schicht. Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht doch so... Hier gibt es sogar noch eine Beschreibung dazu. Ehrenfriedersdorf. Denk mal an verschüttete Bergarbeiter, welche nach Jahren wieder ausgegraben wurden. Ehrenfriedersdorf. Das war jetzt endlich der Ort. Also, das macht wenig Sinn. Also, die zweite Beschreibung macht definitiv keinen Sinn. Hm. Bei dem Titel sage ich keins von beiden. Und die erste Beschreibung finde ich besser als die zweite. Und weiter. Wir machen den Weg gerne frei. Ihre Landschaftswirte. Ah, damit man auf den Feldwegen laufen darf. Wohl. Das ist eine sehr gute Infotafel. Die sollte man auf jeden Fall akzeptieren, meiner Meinung nach. Viel, viele... Ja, gibt es eigentlich nicht viel hier. Auf jeden Fall mal alles fünf Sterne. Bei dem oberen rein. Gut, der Standort, ob der stimmt, das kann ich so nicht beurteilen. Auch wenn Streetview-Daten vielleicht alt wären, könnte ich das nicht beurteilen. Kann der Ort sicher erreicht werden? Ja. Ja, doch. Müsste man sagen, theoretisch. Wenn der Standort stimmt. Also, ich bleib mal bei drei Sterne. Das ist zu unsicher. Da wäre es gut, wenn jemand ein Streetview vorher einreichen würde, damit man die Tafel auch wirklich sehen kann. Noch eine Tafel. Ja, die sieht auch von der Entfernung richtig gut aus. Von daher... Oh, das ist ja ein sehr interessantes Portal. Kunst Neunkirchen. Das ist ja cool. So, der Titel passt. Fünf Sterne. Kulturell passt. Fünf Sterne. Optisch einzigartig. Ja. Hier gibt es lang nicht so viele Tafeln. Tatsächlich könnte man fast vermuten, dass die hier ist, aber hundertprozentig sagen kann ich es trotzdem nicht. Ich sage trotzdem drei Sterne. Ich weiß es nicht. Sicher erreichen. Ja, ich würde sagen, das kann man schon. Neben der Straße ist ein Fußgängerweg. Deswegen würde ich sagen, ja, sicher erreichen schon. Dann hier noch das Kennzeichen. Information, weil es eine Tafel ist. So. Noch dieses hier. Eine Maus auf der Wand. Es sieht echt aus. In Neumünster bei Kiel oder was? Ja, tatsächlich. Okay. Kindergartenstätte. Ah, das Wandbild ist für die DRK Kindertagesstätte Mäusenest. Dann muss ich das ablehnen. Kindergärten haben dort nichts zu suchen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich würde das dann vielleicht unter Schule abstempeln. Ich kann ja dann noch hier reinschreiben. Kindergarten. Das ist eigentlich nicht das, was man möchte. Portal an Kindergärten. Kann zwar sein, dass es irgendwelche gibt, aber ja. Das ist halt so. Hm, der badische Greif. Das kommt. Achso, nee. Wir hören dann an der Stelle auf. Genau, ich habe zehn Stück gemacht. Ich zeige noch meine Upgrades. Habe ich halt vorher nicht gezeigt. Das sind jetzt mittlerweile 55. Bin echt mega gespannt, was passiert, wenn ich wieder 100 erreicht habe. Das waren die letzten zwei zum Beispiel. Ich bin gespannt, ob wieder ein uraltes Portal auftauchen wird, wenn ich das Upgrade erreicht habe. Ich zeige euch natürlich noch die Historie. Die ist nämlich sehr, sehr, sehr interessant. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe. Ich fand es krass, dass einfach von 60.000 auf 90.000 sich das Ganze geändert hat. Und das hat sich tatsächlich auch noch gehalten. Es ist wieder ein bisschen weniger geworden. Interessant sind vor allem, dass die Blauen unter den Grünen sind. Das ist außergewöhnlich. Das kenne ich eher andersrum. Aus irgendwelchen Gründen hatten die Blauen Agents immer mehr Portale analysiert als die Grünen. Keine Ahnung warum. Aber das sind ja auch nur nackte Zahlen. Damit kann man vielleicht zum Teil auch gar nicht so viel anfangen. Manchmal ist es aber auch hilfreich zu wissen, wie aktiv ist die Community. Und die war anscheinend in den letzten drei Tagen am 14., 15. und 16. mega aktiv. Krass. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir definitiv, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder sonst wie. Bis zum nächsten Mal.